Ich wurde in Osijek, in der Annina-Uliza, im Haus meiner Großeltern nach 1900 geboren. Meine Großeltern hatten sechs Tüchter, Regina, Maria, Helene, Hermina, Netti und Fanny. Meine Mutter ist Maria Kraus. Meine Mutter ist Helena Kraus. Meine Mutter ist Hermina Kraus und mein Vater ist Mavro Fürst. Meine Mutter ist Netti Kraus, Schneiderin, die mich unheilig zur Welt gebracht hat. Meine Mutter ist Fanny Kraus, spätgeborenes und zugleich letztes Kind meiner Großmutter. Mein Vater ist Arthur Singer. 1934 habe ich Nicole geheiratet. Nicola ist katholisch-orthodox. Nicola ist jüdisch. Nicola ist katholisch. Ich bin Deutsche. Ich bin Jüdin. Ich bin Kroatin. Der Nicola ist katholisch war, würden wir, im Gegensatz zu anderen, von der Deportation 1944 bewahrt. Wir wurden 1945 von Osijek nach Deutschland deportiert, weil Nicola katholisch war. Ich wurde in Osijek begraben. Ich wurde 1944 deportiert und ungebracht. Ich wurde nirgends begraben. Mein Name ist Kraus. Mein Name ist Zinger. Mein Name ist Fürst. Mein Name ist Stein. Mein Name ist Morgenroth. Mein Name war Nih. Mein Name ist Herr Klee. Ich bin Vize. Mein Name ist Marshmutter. Mein Name ist毅. Mein Name ist für Trenz.